Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burtzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo und herzlich willkommen heute zu einem wunderbaren Podcast-Thema und zwar das Thema Blaue Zonen. Blaue Zonen und Langlebigkeit. Und ich werde dir heute meine persönliche Meinung zu dieser Thematik Blaue Zonen geben, zu dieser wunderbaren Thematik Langlebigkeit, Longevity und sei ganz gespannt, denn diese 30 Minuten, wahrscheinlich mindestens 30 Minuten Podcast, werden dir tolle Insights geben, wie du auch deine Wahrscheinlichkeit erhöhen kannst, gesund zu bleiben oder vielleicht auch wieder gesund zu werden. Jetzt fragst du dich vielleicht, was sind die Blauen Zonen? Die Blauen Zonen sind nach Definition eine Region in der Welt, wo die Menschen sehr lange leben, statistisch gesehen. Und wir kennen hier einige Blaue Zonen, die schon auch als Blaue Zone sozusagen Blue Zones definiert sind. Das ist einmal Sardinien, Ikaria, Okinawa, dann Loma Linda und auch teilweise in Costa Rica gibt es eine blaue Zone, wo Menschen statistisch gesehen sehr, sehr lange leben. Und hier hat man Forschungen gemacht, hier hat man Studien gemacht und geschaut, warum leben diese Menschen dort länger? Und mittlerweile wurde das teilweise auch schon verfilmt, diese Blauen Zonen. Es gibt eine Netflix-Serie darüber. Aber viel wichtiger finde ich, was können wir aus diesen Studien lernen und welche Konzepte können wir daraus bilden, damit wir diese Erkenntnisse aus den Studien, aus diesen Informationen, die wir aus den Blauen Zonen bekommen, für uns selber anwenden können. Und wir wissen, dass die Lebensstilfaktoren, wie diese Menschen leben, großen Einfluss darauf nehmen, wie alt sie werden. Und meistens ist es so, diese Menschen leben ein aktives Leben, also ein körperlich aktives Leben. Sie essen gesund und haben viele tolle, starke soziale Beziehungen und Bindungen. Und wir werden heute viel tiefer in diese ganze Thematik noch hineingehen. Für dich eine Information und die wirklich total toll ist. Wir bei Hilversity, wir haben uns einer Forschungsgruppe angeschlossen, die sich genau mit dieser Thematik der Blauen Zonen, mit Langlebigkeit, Longevity seit über 20 Jahren befasst und hier epigenetische Forschungen betreibt. Und zum Beispiel schaut, welche Pflanzstoffe haben hier die Fähigkeit, unsere Zellen positiv zu beeinflussen, bestimmte Reparaturprozesse anzuschalten, bestimmte andere tolle Genwege anzuschalten, Genaktivitäten anzuschalten, die uns am Ende länger leben lassen oder auch das Altern verlangsamen. Und das Schöne ist, wir bekommen hier wunderbare Insider-Informationen und einen Teil dieser Informationen werde ich hier auch in diesem Podcast dir mitgeben. Und einen Teil dieser Informationen werden wir Step by Step auch bei uns in die Epigenetik-Coach-Ausbildung einpflegen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, denn diese Insider-Informationen, das sind meistens Studien, die gerade erst rauskommen oder vielleicht auch gar nicht veröffentlicht werden. Und das freut mich umso mehr, dass ich jetzt hier wirklich auch in dieser Forschungsgruppe mit drin bin. Und das Interessante ist, seit über 20 Jahren forschen diese Menschen und sie haben 120 unterschiedliche Pflanzenstoffe sich angeschaut, die angeblich unser Leben verlängern sollen. Raus ist gekommen, dass nur knapp über 20 von diesen 120 Pflanzenstoffen wirklich gesund für uns sind, wenn wir sie in Extrakten zum Beispiel einnehmen. Also diese Pflanzenstoffe können unsere Zellen positiv beeinflussen, haben das Potenzial, Entzündungen zu reduzieren und teilweise auch unseren Alterungsprozess zu verlangsamen. Und was diese Forschungsgruppe rausgefunden hat, ist, dass der Lebensstil, der Lebensstil, den wir führen, und das haben wir auch in den blauen Zonen gesehen oder sieht man in den blauen Zonen, ausschlaggebend ist dafür, wie alt wir werden. Und meine Erklärung ist es, das hat natürlich was mit unserem Epigenom zu tun, mit unserer Epigenetik. Und jetzt fragst du dich vielleicht, vielleicht bist du auch neu hier in dem Podcast und fragst dich, was ist denn unsere Epigenetik? Was ist denn die Epigenetik? Die Epigenetik ist eine Wissenschaft, die beforscht, wie oder welche Faktoren Einfluss nehmen auf deine Geneaktivitäten, also auf deine Gene, wie deine Gene abgelesen werden. Und du kannst dir das so vorstellen, wie ein, ja, wie ein, deine Gene wie eine Klaviertastatur und der Klavierspieler, der sozusagen die Melodie spielt, ist deine Epigenetik, deine körpereigene Epigenetik, und zwar das Epigenom. Und je nachdem, wie dein Klavierspieler drauf ist, kommt eine unterschiedliche Melodie raus. Und die Melodie sind Proteine in deinem Körper. Wir haben über 500.000 Proteine in unserem Körper. Und wichtig ist, dass wir ein Milieu in unserem Körper schaffen, wie innen, aber auch außerhalb von unserem Körper, dass diesen inneren Klavierspieler positiv beeinflusst, dass in unserem Körper sozusagen, ja, gute Proteine entstehen, gesunde Proteine entstehen. Und ich habe mir hier so eine wunderbare Liste gemacht, damit ich auch überhaupt nichts vergesse, was ich dir heute erzählen möchte und auch schön strukturiert. Das heißt, deine täglichen Entscheidungen, wie du dein Leben lebst und gestaltest, hat Einfluss am Ende auf deine Gesundheit. Und das ist, denke ich, vielen bewusst, aber viele ziehen genau aus dieser Information nicht die wirkliche Konsequenz. Um es nochmal anders zu beschreiben. Wir wissen mittlerweile, dass viele epigenetische Signale, und zwar Faktoren von außen wie von innen in unserem Körper, am Ende dazu führen können, dass wir erkranken, dass Krankheiten ausgelöst werden. Und je nachdem, wie wir unseren Lebensstil führen, wir gegebenenfalls die Wahrscheinlichkeit für eine schnellere Alterung, für eine Erkrankung minimieren können. Und genau das sieht man auch in den blauen Zonen. Man sieht, dass der Lebensstil großen Einfluss darauf hat, wie schnell wir altern und welche Erkrankungen wir teilweise bekommen. Sowas wie Diabetes Typ 2, sowas wie Demenz und so weiter. All die altersbedingten Erkrankungen. Das heißt, deine täglichen Entscheidungen spielen eine Rolle. Und zwar auch deine unbewussten täglichen Entscheidungen. Was meine ich mit unbewusst? Unbewusst machen wir welche Entscheidungen manchmal? Unsere Essensgewohnheiten sind häufig unbewusst. Manche Menschen essen einfach so bestimmte Dinge in sich hinein, machen sich wenig Gedanken über ihr Essen. Meistens versuchen sie, es sich einfach zu machen. Und wie du gelernt hast, dein Umfeld spielt eine große Rolle oder beeinflusst dich stark, ob du gesund bleibst oder nicht. Also was meine ich mit Umfeld? Auch das, was du isst. Und das sieht man auch in den blauen Zonen. Denn hier ist es ganz, ganz klar, dass die Essensgewohnheiten eine große Rolle spielen. Da werden wir auch gleich nochmal darauf Einfluss nehmen. Ich möchte nochmal auf deine täglichen Entscheidungen nochmal ein bisschen näher eingehen. Wir werden ja bewusst oder unterbewusst täglich von Werbung beschossen, würde ich mal sagen. Das heißt, teilweise ist uns überhaupt nicht mehr bewusst, welche Strategien oder welche Marketingstrategien uns jeden Tag beeinflussen und uns beeinflussen, was wir am Ende auch essen. Welche Lebensmittel wir essen, welche Essensgewohnheiten wir uns aneignen. Und jetzt nochmal zu Essensgewohnheiten. Stell dir mal vor, wenn du anders aufgewachsen wärst, andere Essensgewohnheiten mitbekommen hättest, zum Beispiel gesündere Lebensgewohnheiten mitbekommen Wie würde dein Leben dann ausschauen? Wie würde deine Gesundheit ausschauen? Das heißt, häufig leben wir teilweise schon oder erleben wir, dass Kinder nicht die richtigen Essensgewohnheiten mitbekommen oder die richtigen Lebensgewohnheiten mitbekommen und dann bestimmte Dinge Dinge im Alter einfach als normal ansehen und das gar nicht kennen, dieses Wissen gar nicht haben. Und das ist mir ein wichtiger, ja etwas wichtiges, was ich hier auch mitgeben möchte. Wenn du hier nach diesen 30 Minuten Podcast rausgehst und sagst, boah, dieses Wissen ist super wichtig, dann gib das bitte weiter. Erzähl davon. Und wenn du vielleicht auch Lust hast, dir hier mehr Wissen anzueignen, dann komm auf uns zu. So, gehen wir näher oder ja näher darauf ein, welche Gewohnheiten bzw. welche Dinge Einfluss nehmen auf deinen Alterungsprozess. Ernährung spielt natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wenn man sich hier die westliche Welt anschaut, ist einem vollkommen klar, wenn wir über Fast Food sprechen, ist das nicht ganz, nicht gesund. Einmal sind das verarbeitete Lebensmittel, haben schlechte Fette, schlechte Kohlenhydrate und, und, und. Und vielleicht ein Hinweis hier, was man, was wir auch hier bei uns in der Praxis immer wieder sehen, in der ärztlichen Praxis, bei unseren Patienten. Du bist ein Wunderwerk aus 50 Billionen Zellen und jeder dieser Zellen hat eine Membran und diese Membran braucht gute Fette. Und das Problem ist, diese guten Fette, die bekommen wir heutzutage nicht mehr. Wir kriegen sehr häufig ungesunde, gesättigte Fette, aber nicht mehr die richtig guten Fette. Deswegen empfehlen wir, und das ist so ein Goldnugget, was du heute vielleicht aus dem Podcast auch mitnimmst, was man auch sieht, dass in den blauen Zonen das eine große Rolle spielt, gute Fette, dass du jeden Tag Olivenöl zu dir nimmst, jeden Tag Leinöl zu dir nimmst, gutes Leinöl, frisch gepresst oder sauerstoffunabhängig gewonnen, also in einem Pressverfahren, was sauerstoffunabhängig passiert, hier gewonnen wird, damit das Leinöl nicht oxidiert. Dann ein Omega-3-Öl, Fischöl oder Algenöl, wichtig auch hier auf den Totoxwert zu achten. Und auch wichtig ist mir hier, nicht entweder oder Leinöl und Omega-3-Öl, sondern beides. Und gesättigte Fettsäuren, gesunde gesättigte Fettsäuren machen auch Sinn, zum Beispiel MCT-Öl in der Früh, in einen Kaffee oder Tee. Das Problem an unseren ganzen Lebensmitteln ist ja, dass die ungesunden Lebensmittel häufig günstiger sind, leichter zugänglich sind und die gesunden Alternativen mittlerweile viel teurer sind. Das heißt auch, unsere ganze Gesellschaft, so wie sie im Moment aufgebaut ist, wie sie sich entwickelt, führt eigentlich dazu hin, dass wir Dinge essen oder auch unsere Kinder lernen, Dinge zu essen, die eigentlich nicht gesund sind für uns. Und wir sollten wieder zurückgehen zu einer Kultur, wo wir lernen, dass naturbelassene Produkte gesund für uns sind. Und das sieht man in den blauen Zonen. Diese Menschen essen naturbelassene Produkte ihr Leben lang. Was wir aber auch sehen in den blauen Zonen, dass die Umgebung, in der sie leben, natürlich großen Einfluss darauf hat, dass sie alt werden. Das heißt, in welchen, also wie sind sie in ihres soziales Gefüge eingebunden? Wie viel Natur haben sie um sich herum? Wie viel bewegen sie sich in der Natur? Und hier habe ich einen wichtigen Punkt angesprochen, der immer wieder besprochen wird, und zwar die soziale Unterstützung der Gemeinschaft. Diese Menschen leben nicht alleine, sind nicht sozial vereinsamt, sondern sie leben in sozialen Netzwerken. Und zwar soziale Netzwerke, die emotionale Unterstützung bieten. Das bedeutet, unsere mentale und psychische Gesundheit kann hier aufgefangen werden oder kann hier, es wird hier durch die sozialen Gefüge verbessert. Und was machen wir denn heutzutage? Heutzutage unsere alten Menschen vereinsamen sozial teilweise. Und dieses soziale Gefüge, diese soziale Unterstützung spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, um alt zu werden, gesund auch alt zu werden. Deswegen überleg du dir doch mal oder vielleicht halte auch diesen Podcast mal kurz an und überlege, wie sieht denn dein soziales Gefüge aus? Möchtest du vielleicht persönlich daran etwas ändern? Gut. Und das Interessante ist, dass genau diese soziale Gefüge, diese soziale Gemeinschaft in dieser Tradition, in den Traditionen, in der Kultur bei diesen Menschen fest verankert ist. Und dass die alten Menschen in jegliche Generationen eingebunden sind. Gut. Gehen wir noch mal zu der Ernährung zurück. Wenn du dich fragst, wie ernährst du dich? Dann schau mal, wie viel Kohlenhydrate isst du jeden Tag? Leere Kohlenhydrate, Nudeln vielleicht, Brot und so weiter. Was man sieht ist, dass in den blauen Zonen die Menschen sehr viel pflanzenbasierte Kost essen. Also sich überwiegend vegetarisch ernährt. Wenig Fleisch essen. Teilweise auch wenig Rind- bzw. Kuhfleisch. Und sie wirklich eine Vorliebe haben für unverarbeitete, natürliche Lebensmittel. Und vielleicht hier noch mal der Hinweis zurück zur Epigenetik. Wir wissen, dass bestimmte Gemüsesorten, gewisse oder auch Obst epigenetische Wirkungen haben. Bestimmte Pflanzenstoffe, Polyphenole, sind nicht nur Antioxidantien, sondern sie haben auch epigenetische Wirkungen. Zum Beispiel wissen wir, dass in der Erdbeer das Fisitin oder zum Beispiel das Resveratrol das Potenzial hat, bestimmte Gene zu aktivieren. Wie zum Beispiel unsere Sirt-Gene, also die Sirtuin-Gene. Die werden auch angeschaltet, wenn wir fasten. Das heißt, Reparaturprozesse in unseren Zellen werden hochgeschraubt. Nicht nur, wenn wir fasten, sondern wenn wir auch diese Pflanzenstoffe in guter Qualität zu uns nehmen. Denn das sieht man auch. Ist die Qualität dieser Pflanzenstoffe nicht gut genug, dann wirken sie nicht so gut epigenetisch. Das heißt auch, wie sie angebaut wurden, woher sie kommen, sind sie stark belassen mit Umweltgiften oder nicht. Auf Umweltgifte kommen wir später nochmal drauf zurück. Sie spielen großen Einfluss oder haben großen Einfluss auf die epigenetischen Prozesse. Also hier geht es auch wieder um Qualität. Und jetzt fragst du dich mal vielleicht selbst, wie viel Qualität in meinem Essen ist denn hier noch? Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, wenn du es dir finanziell leisten kannst, versuche so viel wie möglich biologisch zu kaufen. So viel wie möglich unverarbeitet zu kaufen. Gut. Ein anderer Aspekt ist die Bewegung. Wir wissen aus der epigenetischen Forschung, dass Bewegung sehr, sehr bedeutsam ist. Denn schon über teilweise 20 Minuten Radfahren verändert schon das Epigenom in der Muskelzelle. Man sieht es aber auch in den blauen Zonen. Diese Menschen sind aktiv. Sie haben regelmäßige körperliche Aktivitäten, auch noch im Alter. Sie machen Gartenarbeit. Teilweise sind sie aber in sozialen Gefügen, wo sie zum Beispiel ja bestimmte Bewegungspraktiken machen. Und das Ganze ist in den Alltag integriert. Manche fahren viel Fahrrad, weil sie von A nach B müssen. In anderen Orten bei den Blue Zones gibt es auch den Zugang zu Räumen, wo viel Aktivität angeboten wird. Für Jung und Alt. Und das andere Interessante ist, dass diese Menschen dort glücklich sind. Glücklicher als in anderen Orten. Dass sie psychisch stabiler sind. Sie haben Techniken für Stressbewältigung. Ihr Lebensstil ist nicht so stressig wie in unserer westlichen Welt. Sie machen teilweise mehr Nickerchen. Sie schlafen mehr. Sie haben besseren Schlaf. Sie sie oder die ihnen am Ende eine Stressreduktion oder anders ausgedrückt bei ihnen eine Stressreduktion verursachen. Was man auch sieht ist, habe ich vorhin angesprochen, sie sind zufriedener in ihrem Leben. Sie haben einen hohen Grad an Lebenszufriedenheit. Durch die Erfüllung von ihrer Arbeit und von ihrem Privatleben. Und das ganz Spannende ist, sie haben alle einen Lebenssinn, einen Lebenszweck. Und vielleicht fragt du dich auch mal ganz kurz, hast du einen Lebenssinn, einen Lebenszweck für dich schon definiert? Und das Interessante ist auch, sie haben teilweise einen Lebenssinn in ihrer Gemeinschaft. Dass sie einen Beitrag in der Gemeinschaft leisten. Zum Beispiel in der Kindererziehung. Oder, oder, oder. Und das Interessante ist auch, dass die Kinder ganz anders erzogen werden häufig. Also die Kinderentziehung ist ein integraler Bestandteil in der Gemeinschaft. Und das Ganze ist meistens nicht nur auf die Kernfamilie beschränkt. Also wie hier bei uns im Westen. Bei uns ist es ja häufig so, okay, wir kümmern uns nur um unsere eigenen Kinder. Nein, die ganze Gemeinschaft ist einfach ein bisschen größer. Man kümmert sich untereinander, umeinander. Ja, und ich möchte dich hier vielleicht nochmal anregen, ein bisschen über unser eigenes soziales Gefüge zu sprechen. Auch vielleicht ein bisschen Kritik an unserer modernen Gesellschaft zu äußern. Wir haben heutzutage meines Erachtens einen Verlust an sozialen Bindungen und auch einen Verlust an unserem Gemeinschaftssinn. Und was passiert? Wir lernen nicht mehr aus den Fehlern, die wir teilweise machen. Aus den Fehlern, die wir zum Beispiel jetzt oder auch während den letzten drei Jahren gemacht haben. Und was wir sehen ist, dass viele Kinder meines Erachtens viele praktische Lebenserfahrungen gar nicht mehr machen. Sie gehen in die Schule, lernen Dinge, die vielleicht gar nicht mehr so relevant sind eigentlich für das Leben jetzt. Und bestimmte Erfahrungen machen sie gar nicht mehr. Die Eltern geben teilweise ihre Erfahrungen auch gar nicht mehr weiter. Und wir haben einen starken Fokus mittlerweile auf individuellen Erfolg. Zu Lasten von unserer Gemeinschaft und dem Gemeinwohl. Wir haben eine Ellenbogengesellschaft kreiert. Eine Ego-Gesellschaft kreiert. Und unserer Meinung nach ist es so, dass wir mit dem Wissen der Epigenetik oder anderen Dingen all den Dingen, die du jetzt auch hier teilweise lernst, in diesem Podcast, einen Grundstein legen sollten. Nicht nur für ein langes eigenes Leben, sondern auch einen Grundstein legen könnten bei unseren Kindern. Dass wir wieder anfangen, die Bindungen in der Familie zu stärken. Dass die Kinder lernen, dass soziale Bindungen wichtig sind. Und nicht nur Erfolg, eigener Erfolg, sondern der Erfolg der Gemeinschaft. Gemeinsam. Gut. Ich möchte jetzt ein bisschen nochmal drauf eingehen. Auch auf bestimmte Praktiken, wo wir wissen, dass sie für uns gesund sind. Zum Beispiel, viele Menschen essen viel zu viel. Sie essen, bis sie satt sind. Anstatt zu sagen, okay, ich esse nicht, bis ich satt bin, sondern bis ungefähr 80% vorne in meinem Magen voll ist und dann höre ich auf. Dann viele Menschen, wie gesagt, essen verarbeitete Lebensmittel. Anstatt gesunde, unverarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen. Und hier auch wieder zurückzugehen, auch zur Natur. Anzufangen, Kräuter wieder in das Essen zuzugeben. Kräuter oder andere tolle Stoffe, wo wir wissen, die für uns gesund sind. Dass man die hier wieder ins Leben, ins Essen integriert. Dass wir aber auch anfangen, spirituelle Praktiken, religiöse Praktiken meinetwegen auch, in den Schulen zu lernen oder zu lehren und auch in das eigene Leben wieder zu integrieren. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch wichtig finde, dass unsere Gemeinschaft wieder anfängt, bestimmte Praktiken zu lernen, ältere Menschen in die Gemeinschaft zu integrieren. Gut. Und ein wichtiger Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen hat oder haben, ist das Thema Umweltgifte. du lebst mittlerweile mit deinem Körper in einer Umwelt, wo wir hunderten bis tausenden Umweltgiften pro Tag ausgesetzt sind. Nicht nur Pestiziden, Insektiziden, Schwermetallen, sondern auch Mikroplastik und anderen Dingen. Und wichtig ist hier einerseits das zu wissen, dass wir diesen Dingen ausgesetzt sind, aber auf der anderen Seite ist wichtig zu wissen, dass diese Umweltgifte sich gegenseitig potenzieren, aber auch die Fähigkeit haben, unser Epigenom zu beeinflussen. Und wir sehen bei unterschiedlichen Erkrankungen, dass das Epigenom verändert ist. Und was wir sehen ist, in der ärztlichen Praxis ist, dass wenn wir die Umweltgifte reduzieren, wenn wir unseren Körper entgiften, Step by Step, bestimmte Symptome von Erkrankungen besser werden können. Das ist ein Hinweis für mich, zu sagen, ja, Entgiftung spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also wir sollten auf der einen Seite schauen, dass unsere Umweltgifte, die wir jeden Tag so oder so bekommen, reduzieren, durch biologische Kost, durch unseren Lebensstil und so weiter. Uns hier Wissen aneignen. Woher kommt das Ganze? Auf der anderen Seite, aber zu sagen, wie kann ich meinen Körper unterstützen, meine Leber unterstützen, damit ich nicht zu viel Gifte, die in mich hineinkommen, anreichere oder beziehungsweise wieder entgifte. Und hier geht es darum, deine Mitochondrien zum Beispiel zu entgiften. Deine Mitochondrien sind deine Energiekraftwerke, die häufig auch mit Umweltgiften belastet sind. Und das ist auch ein Punkt, den man bei uns im Epigenetik-Coach lernt. Nicht nur, woher kommen die Umweltgifte, sondern wie kannst du dich teilweise auch hier wieder diesen Umweltgiften entledigen. Gut. Was sind jetzt so die Schlüsselbotschaften eigentlich aus diesem Podcast, die ich dir mitgeben wollte oder mitgeben möchte? Einmal finde ich es notwendig, sich wirklich auf die fundamentalen gemeinschaftlichen Werte wieder zurückzubesinnen. Denn wie ich es vorhin gesagt habe, wir in der westlichen Welt haben oder lernen nicht mehr wirklich gemeinschaftlich zu denken und gemeinschaftlich zu handeln und in einer Gemeinschaft zu leben. Dann vielleicht mal darüber nachzudenken, die Bedeutung von Lebenssinn, von sich selbst und der aktiven Teilnahme an der Gemeinschaft, an der allgemeinen Gemeinschaft, in der Gesellschaft, auch im hohen Alter. Dass man hier nicht vereinsamt. Wie kannst du dein Leben gestalten, auch im Alter, damit du nicht vereinsamst? Dann all die Erkenntnisse, die es da draußen gibt. Wir haben heute nur ein paar genannt. All diese Erkenntnisse darfst du dir aneignen, könnte man sich aneignen, für dein Wissen, zum Beispiel auch in der Epigenetik-Coach-Ausbildung. Für ein gesundes Altern. Denn es ist nicht so, dass man im Alter unbedingt krank werden muss, sondern man darf auch gesund altern. Und darum geht es. Und was mir wichtig ist, wenn man dieses Wissen hat, das schon seinen Kindern mitgibt und in der Familie etabliert. Gut. Vielleicht magst du auch diese Diskussion über gesunden Lebensstil oder auch diese Erkenntnisse, die du heute mitbekommen hast, dieses Wissen mitbekommen hast, vielleicht auch in deine Familie tragen. Vielleicht an deine Freunde tragen. Vielleicht magst du dich vielleicht ja auch selbst mal an deiner Nase packen und sagen, ja, ich darf vielleicht meinen eigenen Lebensstil auch verändern. denn auch bei mir ist es so, ich darf auch jeden Tag immer wieder drüber nachdenken, okay, welche Routinen darf ich denn hier auch einführen, damit ich auch das mache und das Wissen anwende, was ich habe. Denn auch bei mir ist immer wieder auch mal derjenige drin, der sagt, nein, 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 das möchte ich jetzt nicht machen, da bin ich viel zu faul. Und wenn man Routinen einführt, dann funktioniert das teilweise viel, viel besser. Nun gut, ich hoffe, du hast heute in diesem Podcast einige Informationen gewonnen, neue Informationen gewonnen. Ich bin heute nicht so tief in manche Dinge hineingegangen, aber ich wollte dir mal ja, ein paar, ein paar neue Dinge mitgeben über die blauen Zonen und vielleicht dich auch anregen, dein eigenes Leben zu reflektieren. Wie möchtest du dein Leben gestalten, dass du vielleicht auch langsamer alterst und auch im Alter nicht krank wirst oder die Krankheiten noch weiter nach hinten schiebst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald zur nächsten Folge. Dein Manuel. Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf die Macht der Epigenetik.